und damit herzlich willkommen zu einem neuen angezoggt hier auf dem kanal wir schauen uns station flow an das spiel ist schon im jahr 2020 rausgekommen kostet aktuell 17 50 geld und im prinzip sind wir hier um bahnhofs manager müssen hier schauen dass der flow von den leuten passt dass die natürlich zu ihren plattformen runterkommen etc ich habe das tutorial schon mal ein bisschen angespielt das heißt wir spielen hier mal neue spiel und gehen auf klassische karte es gibt hier mehrere und auch im workshop kann man sich neue karten herunterladen es sind jetzt quasi die im basis karten und mit der standard karte fangen wir erst mal an sollte eigentlich recht schnell geladen sein willkommen bei station flow du bist aber als menschen eines neu öffneten bahnbahnhofs dein job ist es zu entscheiden wo neue wege gebaut oder hinter stelle platziert werden und wo die verschiedenen servicestellen liegen sollen ein ultimatives ziel ist es dass die passagiere mit ihrem aufenthalt zufrieden sind weil du jedoch gleichzeitig deine finanzen im blick behalten und für einen reibungslosen betrieb auf dem ständig wachsenden bahnhof sorgen muss ja klingt ja soweit einfach immer ganz kurz pause hier unten sind unsere zwei bahnsteige im moment dann haben wir hier die ganzen aus und eingänge wir haben unterschiedliche beschriftungen und da wollen die leute entsprechend hin jetzt gilt es erst mal die hier zu verbinden und das machen wir jetzt auch erstmal wir haben hier das baumenü momentan haben wir hier noch recht wenig es kommt dann noch mit dem level und baut hier mal wege so ich würde mal sagen ist immer hier da oben verbinden so schauen dass es hier schön gleich breit ist 343 minuten braucht es 466 geld kostet 10.000 haben wir das hier auch noch verbinden so vier stunden das passt mir erst mal und dann haben wir hier noch den hier einmal hier drehen wo wäre das hinkommen so ich weiß ich glaube ich mache das eher so macht dann hier noch ein weg das hier nochmal gedreht so einmal hier anschließen sehr gut passt das werden dann hier die ersten wege mal schauen 8400 wir könnten auch das hier und noch schnell machen mit der tasten c keine ebene tiefer gehen da werden später noch mehr ebene dazukommen machen eine treppe nach oben jetzt gleich direkt hier und wir haben jetzt hier hinweisschilder die treppen haben das da wissen die leute dann gleich wo es dann hingeht das ist ganz wichtig ansonsten die leute so doof die plattform zu finden so und wir sind hier unten da geht es natürlich zur plattform auf alle das passt wir gehen nach oben da werden wir sagen da geht es dann hier zu diesem ausgang sprich das wäre a4 so wenn man auf hier und entsprechend den weg hier noch so einmal daran unser ok dann hätten wir das jetzt hier auch verbunden dann fehlt eigentlich nur noch das hier unten mal gucken wenn ich jetzt hier gleich die treppe nach oben mache so mal hier auch wieder plattform hier unten es ist a5 ok so weg ich hätte mich gern gedreht vielleicht soll man das so anschließen ja warum eigentlich auch nicht ok dann hätten wir das jetzt hier alles jetzt braucht es hier oben noch wegweiser also wir können die zeit das mal wieder laufen lassen bahnhof wegweiser und zwar nach geradeaus was ich so in den geig gesehen habe könnt ihr immer unendlich sehen die können noch nicht um die ecke sind das heißt ich mache hier mal den wegweiser der sagt hier plattform und hole mir hier noch ein schild mit dazu einmal für da das war a4 und noch ein schild und hier hinten haben wir a1 so das heißt wenn die da von da unten kommen wissen sie schon mal wo sie hin müssen dann brauchen wir noch einen wegweiser hier weil die hier nicht rüber sehen können so da machen wir jetzt gerade mal zwei der da drüben ist plattform und der ist a3 ah meine stimme heute furchtbar naja wobei kann ich das nochmal anpassen den gehen weiter nach hier so unten dankeschön ok das war das das war das a2 noch da hinten ich glaube da machen wir überhaupt einen 3er hier das heißt bei dem fall geht es nach a1 und a4 und a5 da drüben geht es nach a3 und hier plattform und für a2 hätte ich gerne noch einen pfeil ok basteln wir wahr und dann gleiche gleiche sache noch für a5 so plattform einmal noch da drüben und einmal für hier runter na komm dreh dich mal a5 ah und am letzten hier oben für die plattform ne ich wollte jetzt keinen zweiten einmal wegweiser bitte so plattform ok das sind jetzt viele wegweiser wenn wir hier mal die ganzen eingänge aufmachen und hier dann werden wir hier mal geld machen gut hier unten haben sie ja schon auch als hinweis das sehen sie ja dann hier haben wir jetzt alles fertig ok und jetzt kommen die ganzen leute auch schon kann ich ui ausblenden ah das sind die kulturen ok overlays zeit verlaufen ne waren die in den ausgang hm dachte man könnte vielleicht die wegweiser hier ausblenden aber die scheinen auch nicht zurecht zu kommen fast vorwarten hier plus 19.000 wow hat das bisschen was kostet noise ja es ist so dass die dann auch teilweise von ausgang zu ausgang gehen und nicht immer zur plattform deswegen ist ja die beschilderung wichtig und wir wollen hier natürlich keinen stau haben 5 von 5 2 von 2 ich weiß gar nicht ob hier auf der karte noch warenlinien später dazu kommen ich weiß dass wir noch mehr ausgänge bekommen werden beziehungsweise eingänge und die mehr in die tiefe gehen werden mal sehen so viel habe ich noch nicht reingespielt so eventuell werden wir am nächsten tag schon neue spielzeug sachen kriegen zum bauen das nächste dürfte dann schon die kaffeemaschine sein ja weitestgehend happy würde ich sagen da ist einiges los hier oh oh können wir hier vielleicht den Weg größer machen was ist da los A4 das stimmt ja hier plattform A4 hier ist echt viel los kann ich einfach einmal drehen bitte können wir einfach das hier machen vielleicht nicht ganz so breit aber so vielleicht damit sich das hier ein bisschen entlastet ich weiß nicht ob es dann so Sachen gibt mit One-Way-Wege habe ich bis jetzt noch nicht gesehen ja oder man macht es mit A4 hier komplett anders könnte natürlich eine Zusatzverbindung irgendwie noch da hinten machen so jetzt ist hier mehr Platz naja die sind hier nicht happy was gefällt dir nicht so unterwegs unzufrieden von P1 nach A5 Wieso hat der A5 nicht gefunden die Folgen sind aufgestiegen A5 okay wir haben gut Geld gemacht jetzt muss ich mir ah ich sehe den Fehler meinte ich ne doch A5 zeigt hier rüber aber die wissen nicht dass A5 hier unten ist das heißt wir brauchen hier nochmal einen Wegweiser und der zeigt nochmal auf A5 hier okay und die alle anderen gehen gerade aus A1 A4 aber A5 haben sie nicht gesehen das sollte jetzt besser sein okay Verkaufsautomat Trinkenbedürfnis das macht vermutlich Sinn wenn das hier unten am Bahnsteig ist machen wir hier einen hin und vielleicht da wo jetzt hier eh so viel los ist oder da rein na machen wir da eben Gang mal einen und reicht das einmal da unten einmal da oben ja mal schauen okay passt vor Ort hoffentlich diesmal ohne dass die Leute hier an Hapfe sind okay beobachten das sieht gut aus und von A5 kommen jetzt vermehrt Leute wenn jetzt hier mehr Leute kommen baue ich vielleicht hier nochmal einen hin gut kein Stau alle mega heavy nice und Automaten werden auch genutzt ja so muss das jetzt würde ich das gerne irgendwie wieder anpassen Größe Geschwindigkeit Sichtweite Geduld ah bei dem Moment ich mach das mal kurz langsamer der Typ der will von A2 nach P1 und da sehen wir jetzt was der alles sieht ok cool die 2 nach A5 IC und wie groß das Ganze ist spielt also auch eine Bewertungsrolle noch nicht schon die Rolltreppe bauen ne ja gut Vorspiel ah wir brauchen noch einen Tag dann kriegen wir mehr Spielzeug und ich glaube beim nächsten Tag kommt dann hier hinten was gleich mit dazu ich glaube da kann ich jetzt schon mal die Treppen bauen ähm wobei das geht sich hier gar nicht aus man kann die Treppen aber auch hier drin platzieren ne ich warte noch bis es weit ist oh da war schon wieder der erste wenn jetzt nochmal einer kommt damit ich wissen was sein Problem ist na einmalige Sache da schon wieder aber das war das R vom P1 nach A5 was stellt er sich denn an wieso hast du A5 nicht gewonnen ich meine das zeigt er hier rüber an A5 hm ich glaube der war einfach nur zu doof gut man kann natürlich auch hier sagen Plattform da geht es dann in die Richtung weiter nach A5 und A3 und A2 wenn das dann hilft ok was spielen lassen weil er müsste hier wenn er das sieht gerade wieder umdrehen verstehe ich nicht warum er das hier nicht sieht ist doch alles eindeutig hä sind jetzt alle wieder zurück an A1 auf A2 ja die haben sie irgendwie nicht so mit der Wegfindung A2 auf A5 hä da war das Schild da na gut was soll's ok nächste Seite wir haben jetzt Rolltreppen schmale Treppe breite Treppe schmaler Weg breiter Weg und wir haben die ganzen B Sachen mit der Wozu zu und A3 die ist jetzt auch größer geworden ok da hinten hätten wir die das Feld ist auch feller so ich würde sagen wir machen hier gerade mal mit dem breiten Weg ähm wie schließen wir das am doofsten an ich denke mir so ein fetten Korridor gern überlappen äh warum wo denn und so das mal bitte anders machen so ach so warte mal weil wir hier nicht auf die Seite ran können ok äh wir machen das mal so breiter Weg hier rüber ok und dann brauchen wir hier noch eine Verbindung aber das sieht jetzt ein bisschen doof aus doch kein breiter Weg maler Weg wie kann ich auf die gleiche Breite wie der da unten wieso snaps du da nicht so bleib mal hier bitte gerade dankeschön so das scheint jetzt recht breit zu sein I guess so einmal bauen und jetzt hier nochmal das hier da drin irgendwie verbinden nice eine doofe Kante hat es jetzt hier drin naja ok was soll's so so und das Ganze verbinden wir mit da hinten holltreppe aufwärts abwärts machen wir noch gleich mal eine rolle treppe ähm dann machen wir machen das am besten hier von unten Bahnhof volltreppe aufwärts ne ne ich klicke noch mal kurz weg binne Ah, ich klicke jedes Mal falsch. Rolltipp aufwärts, dankeschön. Ich glaube, ich will das mittig machen. Können wir da jeweils zwei machen? Grundsätzlich noch B hier hoch. Also das glaube ich wäre hier für zwei Wege. Rolltipp aufwärts. Einmal B. Rolltipp abwärts. Ja, den kann ich jetzt nicht. Hm. Ich glaube, ich muss hier oben erst den Weg bauen, bevor das hier Sinn macht. Breiter Weg. Äh, mal drehen. Na komm. Hier so ran. So. Ich sage, will ich das immer so komisch bauen? Das ist doch jetzt nicht gerade, oder? Oder täuscht das nicht? Glaub ich, das ist gerade. Ähm. Wie macht das lieber von hier aus? Ah, das macht so krass Sinn. Das muss ja hier bündig sein. Okay, das sieht besser aus. Und das hier breiter werden lassen. Ah, das sieht doof aus. So, machen wir das. Das verstehe ich nicht. Warum macht er eher nicht so das? Warum kann er nicht einfach gerade hier so runterfahren? Okay, weiß was. Nochmal jetzt drücksetzen. Breiter Weg. Einmal rotieren. Wenn ich das hier so versetzt einmal dran habe. Ist das so schwer. Muss ich das wieder mit den schmalen Wegen machen? Ne, ich würde dich gerne fassen. Dankeschön. Ja, lass mich das nicht machen. Okay, Spiel. Wenn du meinst, dann halt nicht. Man kann das aber trotzdem mit dem hier machen. So, und jetzt ziehen wir hier nach vorne. Ach so. So, das überlappt hier so ein bisschen. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Das heißt, ich kann jetzt hier noch die Rolltreppen nach unten machen. Rolltreppe abwärts. Mit ein bisschen Abstand. Aber so. Plattform. Rolltreppe abwärts. Plattform. Okay. Schaut es eigentlich hier hinten aus. Das ist noch alles happy. Und jetzt haben wir noch die Verbindungen hier unten. Wie tue ich euch schlau verbinden? Weiter Weg. Euch kann ich wieder nicht schlau verbinden. Normaler Weg. Normaler Weg tut's. Es ist nicht hilfreich, dass der obere Weg jetzt hier mit angezeigt wird. Äh, das ist ungeil. Aber interessant, dass ich so weit noch hier reingehen kann. Okay, das war die Verbindung. Und jetzt ist die Frage. Wo machen wir den Anschluss? Machen wir den hier hinten rauf? Mit Treppen? Warum eigentlich nicht, ne? Breite Treppe runter. Warte mal. Das da ist uns dann im Weg. Ich glaube, das geht sich schon aus. Wir machen die breite Treppe hier runter. Hier oben haben wir B4 und B1. B4 und B1. Blattbaum. Okay, breiter Weg hier rüber. Oder auch nicht. Ich glaube, wir werden den Weg mal hier ein bisschen erweitern. Weg. Just for the time being. So, kann man jetzt hier schön runter? Ah, nee. Weil er natürlich hier noch nicht fertig ist. Oder? Doch. Kannst du trotzdem so machen. Okay. Perfekt. So, hier oben. Da passt noch alles. Fünf Stunden. So. Wegweiser. Ich hätte jetzt mal gesagt. Und wir machen da noch einen dazu. Zeigt Plattform an. Und der hier. Kannst du den bitte mal drehen? Dankeschön. Grundsätzlich alles zu B. Den nächsten Wegweiser. Da. Plattform in die Richtung. Einen hinzufügen. Er zeigt hier runter. Für, was war das? Was steht das? B1 und B5. B1 und B5. B5. Okay. Und ein Wegweiser hier. Plattform in die Richtung. So wie B1 und B4. Und nochmal ein Wegweiser hinzufügen. Ach nee. Okay. 1006 Passagiere. Zeit trinken. Zeit verlaufen. Passt gar nichts. Sehr gut. Oh danke. Er hat das noch gespeichert hier. Einmal weiter hier rüber. Das wäre B2. Oh meine Stimme. B1. Und sonst nix mehr. Plattform. Okay. B3. Sollten Sie ja sehen. Und da. Den passt es. Okay. Aufmachen. Aufmachen. Sind wir jetzt im Betrieb? Nee. Warte mal. Der Weg ist hier nicht im Betrieb. Ah. Jetzt. Habe ich das zu früh aufgemacht. Na gut. Ist noch eine Stunde. Aber die werden jetzt ein bisschen unhappy werden. Ich schmeiß euch da meine Kaffeemaschine hin. For the time being. Ah. Jetzt. Oh. Warte mal. Die kommen hier nicht raus. Ähm. Das ist schlecht. Scheiße. Ah. Dazu müsste ich das hier abreißen. Oh no. Kann ich das irgendwie anpassen? Shit. Oh. Was ist denn? Okay. Ich muss das schnell anders bauen. Weg. Kannst du das mal bitte so kurz machen? Bitte bauen. Oh. Scheiße. 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 Das wird nicht gut für die Bewertung. Und einmal so. Scheiße. Okay. Machen wir gerade wieder zu. Und zumachen. Und starten. Jetzt sind die da eng gesperrt. Oh je. Die Arme. Oh. Der unten ist jetzt aber fertig. So. Bitteschön. Das funktioniert sehr gut mit den Rolltreppen. Okay. Der hat keinen Plan. Wohin? Ach. Weil jetzt natürlich hier der Wegweiser fängt. So. Wegweiser. Einmal. Bitte drehen. Dankeschön. Plattform. So. Nochmal einen hinzufügen. Für B1 und B12. Was habt ihr denn für ein Problem? Der wird von B2 nach A2. Oh stimmt ja. Moment mal. Warum ist der von der Plattform 2. Wenn er nach A will. Hier rauf gegangen. Sollen wir hier vielleicht den A-Exit mit dazunehmen. Das macht vielleicht Sinn. Aber eigentlich sollten wir uns das von da unten hier sehen. Ich glaube ich mache hier unten nochmal einen Wegweiser. Dann ist das hier B. Und hier drüben machen wir A. Damit es vielleicht hier nochmal ein bisschen klarer ist. Oh. Steht explizit da. B. Hm. So. Was ist mit ihm? Der wird von B1 nach A3. Die haben sich alle verlaufen da unten. Okay. Wegweiser. Das wäre Plattform und A in die Richtung. Plattform und A. Wo willst du hin? Der wird auf B2. Ja dann. Geh halt noch da oben. Was ist denn der Problem? G1 nach A3. Warum sind die ganzen A Leute hier oben? Ach B1. Habe ich die Treppe da oben falsch markiert? Ne. B1, B4. Oh doch. Hier ist B4 und B5 hier unten. Mein Fehler. Sorry. Hier muss ich das nochmal anders machen. B4. Kleiner Fehler. Große Wirkung. Wo wollt ihr hin? B1 nach A4. Hier. Warum geht die A Leute hier rauf? Steht's ja ganz klar mit A. So. Hier ist Mayhem. Die wollen noch B1. B1, B2, B3. Machen wir das vielleicht mal so. Oh. Warte mal. Falscher Pfeil. So. Nach hier unten ist es B5. So. 1, 2, 3. Plattform B1, B2 und B3. Ich hoffe, das hilft jetzt. Ja, also ihm kann ich irgendwen nicht helfen. Es steht da. Was mit euch? Wo geht's hier hin? Auf A1. Ja, da ist A. Ihr steht hier dran. Oh. Die Rolltreppen. Die haben hier auch eine Beschriftung. Oh. Shit. Und da war noch P. Okay, das habe ich ja auch nicht gewusst. Das geht ja ganz schön ins Detail hier mit den Richtungen. So, B1, B2. Das stimmt. B und A. Hat das jetzt hier unten aufgelöst? Ja. Was ist mit dir? A5. Ja, lauf nach links. A, wobei das, glaube ich, heißt einfach nur aktuelle Zufriedenheit. Ja. Was mit ihm? Der wird auf A3. Naja, Ende des Tages. Schauen wir mal, ob es mit dem nächsten Tag aussieht. Er da oben hat auch keinen Plan. A4 auf B2. Oh. Da müssen wir natürlich P mit hinzufügen. Aber auch B. Äh, der Pfeil. B. Plattform und B. Ja, das kann aber mit der Zeit mühsam werden. Wenn der neue... Ja, wobei, man kann natürlich auch sagen, man macht einen eigenen Weg nach D hier rüber, ne? Ohne dass sie über die Plattform gehen. So wird es dann komplexer. Okay. Vorspulen. Immerhin noch ein A-Rate-Ding. Hm. Ja, da brauchen wir auf der B-Seite noch ein bisschen mehr. Liebe Leute, ich gebe mal ganz kurz einen Cut für euch. Ich gehe gleich wieder weiter. So, da wären wir wieder da. Wir machen weiter. Nächste Seite. Es besuchen den Bahnhof jetzt Touristen. Die basierende benötigen Informationen. Manche basierende benötigen Informationen, um zu ihrem Zielausgang oder ihrer Bahnlinie zu bieten. Bestimmen, bis sie ihr Ziel kennen, wissen sie nicht, in welchen Zeichen sie folgen müssen. Und Infotafeln. Und A1 hat jetzt mehr Leute. Okay. Die Winde schauen gut aus. Kredit braucht man keinen. Also wir machen mal hier kurz normal schnell. Infotafeln. Ich glaube, das macht Sinn, dass das jeweils beim Eingang ist. Ich möchte noch mehr bauen. Ah, Infotafeln. Ja, kann ich. Ich werde mal bei jedem Eingang einen hinbasteln. So, Infotafel. Einmal hier runter. Am Bahnsteig würde es vielleicht auch Sinn machen. Zumindest bei den Treppen. Infotafel. Infotafel. Hier so. Hier unten. Infotafel. So, hier oben eben was. Ja, wobei für die zwei. Ey, komm, das machen wir jetzt bei jedem Eingang. Und Infotafel. Hier. 8250. Wieso kann ich das jetzt nicht bauen? Let's key enter. Hä? Weißt du, was ist ein Gültiges gebaut? Was passt denn jetzt nicht? Hä? Ach. Mit dir ist er nicht glücklich, so was aussieht. Jetzt. Und dabei sehe ich gerade, hier unten habe ich auch eine Infotafel vergessen. Okay. Ich glaube, das wäre dann alles. Ah, das sind die Touristen. Ah, verlaufen. Ja, sorry. Hm. Ja, hier oben auch nochmal eine. Ja, hier kommt es alle zu früh. Das bräuchte ich halt mit Vorentkündigung. Vorspullen. Komm, gleich ist fertig. Yes. Finally. Warum sind eigentlich alle Touristen so dick? Ah, was ist das jetzt? Ne, immer noch nicht. Aber da hat es doch eine Infotafel. Ach, die Formation P1. Okay. Das sollte sich dann jetzt mit der Zeit auflösen. Und jetzt die Frage, wollen wir eine eigene Verbindung für B haben? Hm. Ne. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, da könnte man das hier sowieso komplett mit dem Redesign hier. So, der war aber der Stinkig. P1. Ist doch da. Hier oben alles gut. Die sind happy. Na, ich glaube, es läuft. Oh, mein Kaffeeautomaten. Ich glaube, ich baue hier nochmal einen hin. Und hier. Mehr Money. Ja, der scheint gut zu laufen jetzt. Kaum einer, der sich an dem hier stört. Sehr gut. Perfektes Rating. Okay. Mal schauen, was jetzt hier als nächstes kommt. Und das ist ja noch eine sehr einfache Karte. Gibt ja dann welche mit nur sechs Barlinien und Co. Da wird es dann halt richtig wild. Da gibt es noch Bauten. Aber das ist noch nicht freigeschalten. Mal sehen, was da noch kommt. Okay. Ende des Tages. Alle gehen heim. Ob es dann hier auch die flachen Rolltreppen gibt, so wie am Flughafen für die Distanzen, wird es ihnen hier zutrauen. So, mach zu dem Bahnhof. Sehr gut. 1462. Ja, klar. Oh, Leute haben nach dem gesucht. Und... Jetzt haben wir auch noch C. Die Parasite benötigt jetzt Toiletten. Du kannst jetzt bauen Tür. Warte, müssen wir jetzt eine Tür haben. Das Toilettenbedürfnis ab. Okay, das schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Und da unten ist jetzt C. Das ist noch eine Ebene tiefer. Okay. Wollen wir den ganzen Bahnhof umplanen. So, Toilette. Wie funktioniert das? Toilette. Das ist dann einfach nur so ein Gebäude. Keine gültige Tür. Bauten, Tür. Reicht das dann schon? Können wir sogar zwei bauen. Versuche für jede Seite eine. 12.000. Drei Stunden 51 Minuten. Oh, yeah. Wie verbinde ich denn C jetzt schlau? Vielleicht macht es Sinn, dass wir hier so einen großen Gang hier rüber haben. Wo dann auch C hier reinkommt. Und dann gibt es hier in der Mitte. Nochmal Rolltreppen zum Runtergehen. Also ihr seht, der Bahnhof wird ständig neu geplant. Und es wurde ja auch als Tipp genannt, Eingänge zu schließen bei Baumaßnahmen. Zumindest die, die davon betroffen sind. Und das heißt, wenn man das da hinten hier neu bauen würde, dann machst du ja alles wieder zu und baust das wieder um. Ja? Das Spiel hat was. Das gefällt mir. Das könnte richtig komplex werden. Vor allem mit den Sachen, die jetzt noch immer wieder dazukommen, wo du das dann schön erweitern musst. Ja. Ich glaube, für das, was es kostet, glaube ich, lohnt es sich das mal anzuschauen. Wenn man auf sowas steht. Ich würde sagen, für das Angezockt reicht das jetzt erstmal. Das war so ein erster kleiner Einblick. Was hat er dir vor dem Spiel? Schreibt das gerne in die Kommentare rein. Und wenn ihr es selber ausprobieren wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin. Macht's gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.